Die Opferung Isaaks wird natürlich erwähnt in Jakobus Kapitel 2, wo es dann heißt, dass Abraham gerechtfertigt wurde, als er eben Isaak darbrachte. Und da heißt es in Jakobus Kapitel 2, Vers 21, wo nicht Abraham unser Vater durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte. Jakobus Kapitel 2, Vers 22, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war, dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und ich gehe darauf ein, weil das natürlich manchen Leuten einfallen wird, Jakobus Kapitel 2, wenn wir hier über die Opferung Isaaks nachdenken, wie Abraham Gott einfach gehorcht hat und allen Ernstes seinen einzigen Sohn Isaac bereit war zu schlachten. Dann denken wir natürlich an Jakobus Kapitel 2 und das ist ein Kapitel, mit dem sich viele schwer tun, deswegen will ich kurz darauf eingehen, kurz einen Exkurs machen. Wenn es hier heißt, dass Abraham gerechtfertigt wurde, durch Werke gerechtfertigt wurde, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte, dann geht es natürlich nicht um das ewige Leben. Denn wir wissen schon aus 1. Mose Kapitel 15, dass Abraham gerechtfertigt wurde in Gottes Augen durch den Glauben, durch den Glauben allein. Und das war lange bevor Isaac überhaupt geboren war, geschweige denn, dass Abraham bereit war, Isaac darzubringen als Brandopfer. Lange bevor Isaac geboren war, war Abraham schon gerechtfertigt. Wie? Durch den Glauben. Natürlich. Nicht durch die Werke. Also, wenn wir hier lesen und Irrlehrer verdrehen das natürlich. Sie sagen, ja siehst du, Abraham wurde eben durch die Werke gerechtfertigt. Und wenn dein Glaube keine Werke hat, dann ist das gar kein Glaube. Ja, du brauchst auch die Werke. Aber Moment mal, Abraham war schon gerechtfertigt durch den Glauben, bevor Isaac überhaupt geboren war. Also, es geht hier in Jakobus Kapitel 2, Abvers 21, nicht um Rechtfertigung im Sinne von ewiges Leben, im Sinne von Errettung. Das ist nicht, worum es hier geht. Aber worum geht es hier? Abraham wurde gerechtfertigt, natürlich zum einen in unseren Augen. Dass wir eben seinen Glauben sehen durch die Werke. Wir können nicht wirklich in das Herz eines Menschen schauen, sondern wir sehen natürlich nur die Werke. Und du sagst jetzt vielleicht, aber nein, Anselm, ich will darauf pochen, es geht hier um Rechtfertigung in Gottes Augen. Okay, wenn du sagst, es hier um Rechtfertigung in Gottes Augen geht, kann man so auslegen. Aber dann lass uns das richtig auslegen. Wenn es hier um Rechtfertigung in Gottes Augen geht, in Jakobus 2, Abvers 21, dann ist es eine Rechtfertigung im Sinne von, Abraham, du hast mich so sehr geliebt, du warst mir so gehorsam, du bist es wert. Gott, du bist jetzt gerechtfertigt in meinen Augen, mein Freund genannt zu werden, könnte Gott sozusagen zu ihm sagen. Also wenn es hier um Rechtfertigung in Gottes Augen geht, dann wäre das eine Rechtfertigung im Sinne von, dass er es wert war, durch dieses unfassbare Werk, durch diese unfassbare Tat, durch seinen Gehorsam, dass es wert war, dass er gerechtfertigt wurde in Gottes Augen, sein Freund genannt zu werden. Denn das ist, was wir hier im Kontext lesen. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und da wird hier eben erstmal erwähnt, Abraham war durch Glauben gerechtfertigt, er wurde durch den Glauben gerettet. Und raten wir mal was, darauf wird Bezug genommen in Römer Kapitel 4. Und was lesen wir dann in Römer Kapitel 4? Wer hat dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt, also, die Bibel, auch in diesem Vers, stellt sich natürlich erstmal fest, Abraham war schon gerechtfertigt in den Augen Gottes im Sinne von Errettung, im Sinne von ewiges Leben. Aber dann geht der Vers weiter, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also wie wurde Abraham durch Werke gerechtfertigt, wenn du unbedingt sagen willst, in Gottes Augen? Nun, dann wäre das eben eine Rechtfertigung im Sinne von, hey, du bist es wert, Abraham, du bist jetzt gerechtfertigt, mein Freund genannt zu werden. Denn wir sind nicht automatisch Gottes Freunde. Sondern Jesus selbst sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebietet, so ungefähr. Wir werden nicht gerettet, indem wir tun, was immer uns Gott gebietet, sondern indem wir glauben. Aber zusätzlich können wir Gottes Freund genannt werden. Und wir werden nicht gerettet, indem wir uns Gott gebietet, wenn ihr euch gebietet,